Aber wir sind gut dabei, besser als die... Oh, wir sind erst im zweiten, ne? Weißt du, das kann man so vergleichen, wie... ...dass ich mehrmals auf die Herdplatte fassen muss, damit ich erst checke, dass es heiß ist. Ja, Anna ist ne Person, die greift mehrmals auf die Herdplatte. Lol, ich kann den Typen... ...onehitten. Was, klaut Leona? Was? Ich will nicht geklaut werden. Oh, shit. Oh, ich will auch nicht geklaut werden, Mami! Oh, das ist ja so nervig, dass dann plötzlich der Wind weg ist. Holy hell. Nice. Gute Arbeit, Bumerang-Boy. Das ist jetzt noch nerviger. Anna macht dich bereit, mich abzu-Bumerang. Oh, oh, oh! Puh, alter. Och. Ich weiß nicht, was ich da jetzt aktiviert hab. Bam. Psh. Psh. Ist das dann der Mann? Tick. Muster... Oh, ich weiß noch. Muster. Hallo? Ja, nur gucken, was da ist. Vielleicht hätte ich dich ja gebraucht dafür. wir kommen von dahinten was soll da anderes sein als bei dem weg was ist denn hier mit dem wind was zum heiligen geier haben die sich dann gedacht ja okay wasser Ich mag das niiicht. Oh, ich mag nicht, wo wir jetzt wieder anfangen. Ich bin nicht jetzt so gelegt. Mami? Was? Disconnect. Ja, Riff auch noch. Hey, warum? Was ist überhaupt passiert? Also ist bei euch auch die Fehlermeldung gekommen? Nö. Also dieses, dass man das connected lässt. Ich bin einfach nur draus geflogen gerade. Anmerksam passt sie? Wieso nicht, hattest du ne Fehlermeldung? Ja. Ich hab nichts gehabt. Also ich hatte halt... Also bin ich schon ein Verbindungszieler und fertig. Ach so, dann bin du wahrscheinlich wirklich echt disconnected. Na, ich hab jedenfalls wieder offen. Na, wir waren eh nicht so gut. Das ist okay, denke ich. Und dann kann ich jetzt auch meinen Bumerang-Typen benutzen. Das stimmt. Anna wollte eh den Bumerang-Typen benutzen. Alter, OP. Warum kann ich nicht ne Mischung zwischen dem Bumerang-Typen und dem Tingle-Outfit haben, Alter. Wo ist halt dein Outfit? Wiss ich nicht. Ich denke mal, das geht dann erstens bei FROS Heroes 2. Kannst connecten, Anna. So. Serious. Dass einfach so ne lokale Verbindung abbricht, ist ja auch komisch. Alter, kommt ihr? Ne. Ach ne, jetzt müssen wir komplett von vorne anfangen. Jo, wir waren im zweiten. Wir waren noch nicht so sonderlich weit. Kann ich erst mal auswählen jetzt. Hm, Drachen-Citadelle. Ich mag die Pixel. Hm. Bam, Junge. Alter, kann ich jetzt mal hoch? Ja. Oh, das ging ich auch. Ach so. Ich wüsste mir das Teil hier immer noch nicht. Ah. Ah. Okay, sure. Bin der Master. Geht auf die andere Seite. Wie, geht auf die andere Seite? Was zum Geier? Wie sollen wir auf die andere Seite? Nein. Hör einfach nicht auf mich. Nice. Jetzt musst du mich wieder aufholen. Das ist true. Ja, toll. Dafür musst du mich jetzt erstmal aufholen. Ich wünschte... Ja. Was denn? Nein. Wie geht das hin? Alter, nimm... Geh... Wirf mich. Das war jetzt echt ungünstig. Ich steh unten. Nein, ich stell mich jetzt hier hin. Ich wirf der Anna nicht rüber, wenn du dich nicht nach unten stellst. Wirf jetzt. Ja, warum denn? Ja, wenn die Plattform wieder nach oben geht, dann wirst du wieder runtergebrochen. Hä? Okay. Sorry. Bin dumm. Ich hab nicht nachgedacht. Kämpft dagegen an. Spaß beim Kämpfen. Anna trifft nicht. Ach ne. Oh Gott. Warte. Nicht werfen. Okay, schon gut. Hui. Nice. Nice. Danke dafür. Oh, wir können wieder von ganz von vorne anfangen. Das ist ja ein Traum. Ah. Achso. Nice. Können wir mich mal... ...nicht rapen oder so? Ja mal. Alter. Wunder. Die scheiße ist mir ins Hemmend. Ja, gelb. Hahaha. So, jetzt kannst du den ausmachen. Da oben ist die Trugel. Ja. Puh. Das ist ein Abenteuer. Bam. Junge. Es ist windig hier. Hier müsst ihr aufpassen. Ich wollte auch keine Herzen. Aber hier kriegen wir neue Herzen. Naja. Wollen wir Rubine geben. Oh. Ein Herz. Wow. Wow. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geh weg. Wo hättet ihr den? Mach ich. Bam. Ich hab den kaputt gehauen. Och, Alter. Wenn ich die Scheiße schon wieder sehe. Ich hab's geschafft. Hm. Äh. Okay, sure. Ich hoff, dass es sich wieder repariert hat. Ach, ärgerlich. Oh. Oh. Mann. 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 Mach man. Oh. Oh. Ich hab's geschafft. Puh. Ich wünschte Leute, dass sie ein Bugger rollen. Ich auch. Oh. Böser Mann. Oh, Alter ey. Wenn ich die Pissi hier schon wieder sehe. Das schaffen wir nie im Leben mit den Anzahl an Herzen. Natürlich fängst du das Herzen nicht. Er läuft doch. Ist ja übung. Okay, wir haben drei Herzen. Vier. Entschuldigung. Vier. Da kann ich die fucking Eisdinger nicht erkennen. Oh Gott, hatte ich gerade meine Hose voll. Ja, das sieht ganz schön knapp aus. Tschüss Anna. Tschüss Basti. Ich weiß nicht, dass du mich wegdrückst. Oh no, du Floof. Boah. Ist aber auch knapp bemessen. Seidst du nicht einfach mit dem Wasserstab hier über dem Wind drüber? Was? Nein. Ich bin verwirrt. Aber okay. Ich hab eigentlich gedacht, du machst das auf die Eisflächen. Oder so. Ach, der Boomerang-Boy ist da. Schon gut, ich komm einfach so rüber. Ich mach's auf die Eisflächen, Alter. Ich mach's auf die Eisflächen. Ja. Kann ich doch nicht wissen, dass das nicht geht, Alter. Ich bin nicht der Eistyp. Dann hätt ich's gemacht, würde ich jetzt probieren würde es gehen. Nein. Lass es mal versucht auf die Eisflächen zu machen. Oh. Denn der Moody geht gleich auf die Eisflächen. Das denk ich nicht. Kein Kind schlug zu fahren. Okay, schon. Okay. Das sieht diesmal doch gut aus. Okay. Übelst Concentration diesmal. Und dann geht nichts schief. Es sind nur vier Leute. Jetzt sind's noch drei. Zwei. Okay. Oh, ich hab den Wind berührt. Der ist zu hoch, oder? Nee. Okay, wir sollten das lassen. Ich hasse alles hier dran gerade. Oh. 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 Ahhhhh. Krass, die rennen. Ja. Was ist die denn da ne zwei? Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Solltest du mich mitnehmen Anna? Ich hab euch beide mit. Ich hab euch beide mit. Das hilft mich auch. Das. So. Und hier. Alter. Wie solltest du Anna mitnehmen? Wie soll ich Anna mitnehmen? Oh. Das ist ne gute Idee. Jetzt wo ich drüber nachdenke. Kürbchen so bestimmen wir uns auch und du fliegst mit dem Huhn ich muss mit dem Huhn fliegen das ist auch ein gutes Argument Warte vielleicht nimmst du das Hühnchen mit das ist eine gute Idee wir brauchen einen Huhn wir können doch so machen los geht der Peter oh nein renn oh oh ich sehe gar nicht mehr durch was passiert hier ich sterbe das passiert hier ich hab dir erstmal ins Gesicht geschlagen was ja Aua alter Fotze die Zähne ist das grad passiert ok pass auf wir haben uns hingestellt und dann den Knopf gedrückt das ist wie es passiert es passiert es passiert wauw 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 vielleicht rastet ihr nicht sofort aus wenn ihr die Gegner sieht wauw 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 mach doch erstmal Leona frei Leute ich hab Angst ich hab ein Schwert in mir stecken ok der ist tot jetzt geh ich Leona freimachen damit die die stunden kann weil anders stund die irgendwie grad nicht die lässt sich lieber treffen ok wir lassen uns alle mal ne Runde treffen hab ich gehört ich hab Angst Potter du kannst ja mal abkratzen langsam ich seh nicht oh oh alter wie lange geht denn die scheiße hier noch ist mir eigentlich schon zu viel wieder ja und nu soll ich da mich rüberhangeln oder was mit dem Huhn kommt ihr jetzt den zurück was zum geier geht da oh nein oh mein Gott hä ich bin so verwirrt gerade warum gehen wir nicht hier hin wohin ja hier ist doch was aufgegangen achso da geht's lang oder ich bin verwirrt von dieser Tür hier hä lol ja kann man da nicht mit dem Hunger fliegen ich weiß nicht was ich machen soll ich hab mal aufgemacht wir brauchen drei Leute hier das wird schwer zwei sind nicht da zwei sind nicht da stopp mal läuft dann gibt die Hühner Hilfe alter wir haben nur noch ein Herz weiß wieso nimmt ihr die Hühner mit ichентов die ich Ich ob mich nicht unterstützen müssen doch hätte ich schon gut ich habe die부 잠깐만 zum lebens ich bin tot und das war's oh hui so ich hab ein pull hui Huijaa! Äh, andere nicht in die Waffe. Nice. Der ist in mich gerannt. Oh, Hilfe! Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Bin ganz allein. Hilfe! 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 Ich will mich retten! Hilfe! Hilfe! Bumerang! So, jetzt geht die Party rund. Ja hui! Warum klingt das alles, als wenn's irgendwelche Roboter sind? Das ist nämlich voll in der Straße im Himmel. Ja, stimmt. Schloss und hin ist ein guter Film. Hm. Sollt ihr die, die du nicht gesehen haben, liebe Zuschauer, dann schämt ihr euch am besten einfach. Und dann geht euch verbuddelt. Oh! Pff! Muss ich langen? Warte mal. Ist eigentlich noch was? Oh! Heiliger Maria Josef! Nein! Dort. Oh! Woher muss ich, woher weiß ich jetzt, wo ich lang muss? Was? Ich hab's geschafft. Hallo. Hallo. Ich hab's geschafft. Ah! Dies was die Rubine sind's mir nicht wert. Okay Leute, wir haben volle Leben, wir können jetzt gerne ins nächste Level gehen. Sehr gerne können wir das tun. Nice. Wir haben nicht mehr volle Leben. Ich wüsst gern was da abgeht. Wo? So'n Fick muss ich hin. Hey, brauchst du nicht erst schon hier? Das war ich. Du kannst den Weg ganz links... Ach nee, kannst... Doch, kannst du... Kannst ganz links eigentlich... Nee? Links neben mir ist ne fucking Säule. Ich treff... Ich treff's nicht. Hm. Ich verstehe, man könnte auch irgendwie anderen zuschauen. Ja, du gehst da, alter. Hast du da nicht auch die... Dinger da? Mach die... Ja komm. Du gehst da. Hüi. Mann, Zeit für Zitadelle 4. Die dürfen einfach nur nicht sterben und dann sind wir hier durch. Bis zum nächsten Mal.